Na, immer Sonnabend, Weekendstimmung! Kennen Sie nicht die Leute sagen? Wochenend und Sonnenschein und damit die Wind bald allein Weiter darf ich nicht Sonnenblück sein, Wochenend und Sonnenschein Wie über uns die Lärchen zieht, sie singen dann Wie wir ein Lied, die Vögel einstimmen Im Frühlein, Wochenend und Sonnenschein Mein Auto, keine Chose und niemand in unserem Leben Tiefen, was wir beide nicht tun, der Herr wird aus uns beiden Ein Haufen im Schuh, das schenkt uns ja zum Glücklichsein Wochenend und Sonnenschein, Wochenend und Sonnenschein Oh, na, Frau Nadine? Na, Herr Bink, nein? Ich wollte Sie nur darauf aufmerksam machen, dass wir immer einmal Sonnabend Na und? Natürlich ist es im Grunde in unserem Weekend-Ausflug Heute? Nein, ganz aufgeschlossen Ja, ich weiß, jetzt kommt wieder irgendein Ausflug Nein, Sie können mir trauen, wirklich Ich glaube Ihnen gar nichts mehr Bin ich Ihnen wirklich so unten im Park? Im Gegenteil, ich finde Sie sogar sehr nett Na also, da kommen Sie doch mit Oder fürchten Sie sich von mir? Nein, aber vielleicht Oh, oh ja Oh, oh ja Ja, aber für mich also gerne Fragen Sie doch nicht so dumm, das wissen Sie doch ganz genau Aber, nein, das darf ich meine zukünftigen nicht antun Danni, wir haben doch überkommen, das Tranthin wir, das, wir Wirklichkeit, wechseln das Das weiß ich noch nicht so genau, aber ich denke doch eines Tages wird er schon antanzen Was? Auf dem werden wir doch keine Rücksicht beten? Doch, doch, ich schon Schach Ja, oh, schach Da muss ich eben allein noch was schausten. Mein Motorrad, den verreißen wird zu sitzen. Und ich habe mir das so hübsch gedacht. Sie sitzen hinter mir und bei jeder Kurve klammern sie sich ängstlich an mich. Und ich kenne an den Hegel, da steht Arschlautagrufe. Also gut, ich komme mit. Ich habe mir zu spät gekündigt. Was ist hier, Herr Regierungsrat? Hör mal auf, die Scheiße! Was krotzen Sie mich denn so an, weil ich auch mal nicht erlaubt habe, zu spät zu kommen? Aber Herr Regierungsrat, ich bin doch bloß froh, dass Sie wieder da sind. Ich habe Sie schon als Gartsballon ins Jenseitsfrieden sehen. Was ist denn los? Er fühlt sich nicht, sag ich, was passiert. Na, da hat er auch recht. Es ist noch was passiert. Warte, wenn Sie mich totschlagen, ich habe keine Ahnung. Aber es muss doch Schreckliches gewiss sein. Ich habe keine Ahnung, ich weiß noch, dass ich einen Brand habe. Ein Brand, aber ich könnte ein ganzes Teich ausdringen. Hast du? Jetzt verstehe ich mich, Sie haben eigentlich... Ne, unheimlich. Morgen, Herr Regierungsrat! Frau Abgeordnete, ich bin hoch, was wollt? Na, das glaube ich Ihnen nicht. Im Gegenteil, Herr Regierungsrat, Sie sind entsetzt. Und Sie auch? Ja, alle rücken Sie aus, wenn Sie mich bloß von weitem sehen. Ich gehe Ihnen auf die Nerven! Doch, doch, das weiß ich. Aber daran bin ich gewöhnt, es ist mir egal. Wenn ich im Abgeordnetenhaus die Regnertribüne besteige, nun ist der Saal leer! Ja, und warum? Weil ich meinen Zuhörern einen Spiegel vorhalte, indem sie sich meist selbst erkennen. Der zunehmenden Sittlosigkeit muss endlich behördlicherseits Einheit gedrungen werden. Ich bin Präsidentin von über 200 Euro für allen. Und wir haben uns zur Lebensaufgabe gemacht, unsere degenerierte Generation aus dem Sumpf, in dem sie zerstickt droht, herauszuziehen. Und Sie, Sie müssen überziehen, Herr Regierungsrat. Ja, ich ziehe etwas, freut mich sehr. Also, Ihre besondere Aufmerksamkeit möchte ich aber auf die Auswüchse der sogenannten Wiegendbewegung lenken, unter dem Vorwand auszusparen und Körperunterliste der freien Natur zu stehlen, sieht man solle, wenn die Leute beiderlei Schlechts schadenweise die Stadt verlaufen. Ja, und zu Recht zwecken. Meine Herren, das wird Ihnen die Überschrift dieses Kapitels sagen. Das Liebesleben in der Natur. Jetzt bereiche ich Ihnen die Denkschrift und stehe Ihnen gerne mit weiteren Material zur Verfügung, das ist doch nur eine Auslese. Ach, wissen Sie, habe ich diese Auslese auslesen? Sie haben ja allerdings schon eine Marschung gespannt. Was? Tun Sie nicht so, Ihr Mann hat Sie da hoch erwischt. Bitte sehr, ich habe mir nichts vorzuwerfen. Ich ja auch nicht, diesmal. Ärgert mich ja meistens. Und mein Mann, der sonst niemanden merkt hat, der will sich jetzt vor eine Scheibe lassen. Scheibe? Was hat denn Iva gesagt? Ich habe noch gar nicht mit ihm geschworen. Er hat sich nur in sein Zimmer eingeschlossen und Tag und Nacht geschrien. Das ist doch schrecklich. Dabei haben wir so eine glückliche Ehe gefühlt. Halt, du glaubst! Madame, das Weckzug zwischen uns ist zerschnitten. Du hast es nötig, in dem Tone mit mir zu sprechen, nach allem, was ich von dir erfahren habe. Von mir? Oder leugnest du etwa, dass du in meiner Abwesenheit eine Frauenperson in unsere Wohnung mitgenommen hast? Ach, das meintest du zwar doch etwas ganz anderes. Außerdem haben ja nicht ich sie, sondern sie mich mitgenommen. Und das war auch aus Liebe. Du gibst es also zu? Aus Liebe zu dir? Weil ich mich geschämt habe, weil ich wieder nicht befördert worden bin. Das ist aber mit mir angedröselt. Bis nachts um vier. Und darum habe ich dich mit dem Ministerial daran erwischt, oder nicht? Ja, mein Gott! Ich habe diese Autotour noch nie gemacht, weil ich vier noch mit Elfen wollte. Na, großartig Gott! Du gehst mit ihm in einem Überstundenhotel, um mir eine Freude zu machen. Ich...